Einmal springen und ich stehe hier und sage euch links und dann lauft ihr nach links. Ja, man braucht jetzt nicht unbedingt Equipment fürs Training, aber manche Sachen, da ist der Körper auch einfach zu leicht. Da braucht man dann irgendwie Zusatzgewicht und heute übertreiben wir einfach ein bisschen. Das ist wie beim Haare waschen, da braucht man ja eigentlich auch kein Shampoo, weil die Haare sich nach einer Zeit irgendwie selber reinigen. Aber trotzdem greift jeder unter der Dusche dann noch zum Shampoo. Das ist einfach nur eine Gitarre, die kriegt mein Bruder. Battlerope, Kettlebells, Push-Up-Bars oder Fähnematten, Medizinball, Klimmzugstationen. Sucht euch eine aus, eure Lieblingsstation oder die meistgehasste. Und denkt dran, heute ist das letzte Mal der acht Wochen. Also nochmal Feuer zum Abschluss. Äh, ein bisschen Rock. Welcome to Original Bootcamp. Jawohl, schön, gute Welt. Und so bleibst du hier. Ja, und jetzt machst du. Bleib das Becken oben. Genau, genau, genau. Nee, weiter nach vorne. So, genau. So, deine Beine sind jetzt Filmstars. Danke. Ich muss aber sagen, also technisch ist das bei euch allen. Also ich habe heute eigentlich nichts zu tun. Ich laufe hier rum und ihr macht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig. Okay. Ich weiß auch. Gehört das zu meinem Kostüm? Ist das geil? Ja, habe ich gefunden. Eigentlich geil. Ey, das ist mega geil. Geht er klar? Okay, wir müssen noch einen Kreis machen. Und jetzt pennen wir links und pennen rechts. Bootcamp! Genau, und schreibt mir am Freitag, Samstag, wenn nichts mehr geht. Das ist mein Bruder Philipp. Für den ist auch die Gitarre. Ich sage jetzt nichts. Nee, ist auch gar nicht mehr drauf, was jetzt da drin ist. Okay.